Oh, wir wenden das Blatt, wenn die kritische Masse erreicht ist. Wenn du das hörst, hat dich die kritische Masse erreicht. Ich bringe es in Takte und schreibe es, kille es, nur packt es im Reim mit kritisch Betrachtern, da weiß ich, bis sie die Masse erreicht ist. Wir müssen friedliche Demo starten lassen, unsere Regierung sind Faschisten mit Demokraten-Masken. Meine Reps sind Waffen, denn ihr großer Feind ist das Wissen, denn sie wollen nur Mots, auch um den Poli steigern, errichten. Doch wir leben in einem System, in dem das Volk keine Macht hat, und es schimmt sich Demokratie, das ist vollkommen Acha. Doch es ist leider nicht zum Lachen, nein, versteht ihr, was ich mein, was ich rapp, was ich einfach in mein Platte schreib, was ist ein Aufruf, der euch alle auffordert? Let's go! All im Vorrang, euch informiert und zum Handeln erfordert, und K. ist der Vordermann, der ist vorn. Was geht, ist Mord, macht kann auch jeder von euch auf seine Weise schreit, laut und seid die Fälle, die Wahlsbewegung, wir werden täglich und immer stärker erheben uns gegen Hintergrundmächte wie Peter Berger, denn hunderte der mächtigsten Tage lang unter sich bleiben, und uns bescheißen, und über uns in Zukunft entscheiden, und Medien totgespiegeln, globaler Zensur, auf die in den Zeiten steht am Pitten, er hat ne klasse Frisur, Was ist denn nun mit dieser Welt passiert, wenn eine faschistische kleine Menschenfeindliche Gruppe heimlich die Welt regiert? Wacht auf, wir bringen Menschen das Wissen, wie dass sie uns von oben herab mit den Kämpfels vergiften, wie dass sie um Fluoride in uns ertrinkt, was vermischen, und unsere Kinder vergiften, und uns die Lichter ausflüssen, nein, ich scherze nicht, weil es hier nichts zu scherzen gibt, und nicht nur 100%-Wahlsgehalt in meinem Vers, ich will, wer es nicht glaubt, soll noch einfach die Augen öffnen, auch wenn die Wahl so hart ist, dass man sie nicht glauben möchte. Wacht auf, aus eurem Tag Traum, ich bin der Wecker, bring dir deshalb auch Info-Tracks und Info-Rev, informier dich und seh, dass hier Fakt-Zukunde liegen, denn wir zusammenhalten, kann uns gar nichts mehr unterkriegen, und gar nichts mehr aufbesiegen, der Staat nicht den Mund vorbieten, wir sagen nur, die Wahrheit haben lange genug geschwiegen, so haben wir uns entschieden, die kritische Masse für euch hinzumachen, wenn ihr uns hört, bitte wacht jetzt, wacht auf! Dankeschön, Dankeschön.